Willkommen! Wir werden uns hier eine interessante Trigonometrieaufgabe anschauen, wo es darum geht, diesen ein bisschen exotisch aussehenden trigonometrischen Term auszurechnen. Obwohl die Lösung dieser Aufgabe gar nicht mal so komplex ist, wird hier trotzdem einiges an Grundwissen in Sachen trigonometrische Funktionen abverlangt. Wenn man bei diesem Bruch jetzt den Zähler und den Nenner ein bisschen genauer betrachtet, sollte man erkennen, dass verschiedene Kosinus- und Sinuswerte hier addiert beziehungsweise substrahiert werden. Und bei solcher Ausdrücke sollte man an die Additionstheoreme des Sinus- und Kosinusfunktionen denken. Es gibt mehrere davon. Ich werde jetzt nur die einblenden, die für diese Aufgabe von Bedeutung sind. Das sind zum Beispiel diese zwei. Einmal dieses Additionstheorem und einmal dieses. Allerdings, wenn man jetzt sich ein bisschen die Zeit nimmt und die Formel auf der rechten Seite oder dieser Theoreme auf der rechten Seite mit unserer Zähler- und Nennervergleich, sollte man einen wesentlichen Unterschied erkennen. Und zwar, bei dieser Theoreme steht auf der linken Seite jeweils die Sinus-Funktion. Und bei uns ist die Sache noch ein bisschen gemischt. Wir haben Zähler, Kosinus und Sinus und genauso auch im Nenner. Und deshalb müssen wir zuerst dieses Problem lösen. Also, unser Term so hinkriegen, dass zum Beispiel ein Zähler und ein Nenner nur die Sinus-Funktion vorkommt. Das kriegt man ein bisschen leichter hin als mit Additionstheoreme. Und zwar, man muss sich nur an einen grundlegenden Zusammenhang zwischen der Sinus- und der Kosinus-Funktion erinnern. Und zwar an die Tatsache, dass eine Sinus-Kurve aus der Kosinus-Kurve durch Verschiebung um Pi halbe oder entsprechend 90 Grad nach rechts erfolgt. Diese Tatsache und die Symmetrie-Eigenschaft oder die Y-Achsen-Symmetrie-Eigenschaft der Kosinus-Funktion bringt uns diesen Ansatz. Und zwar, Sinus von Alpha ist das gleiche wie Kosinus von 90 Grad minus Alpha. Übrigens, diesen Zusammenhang, den man hier aus dem Schaubild der Sinus- und Kosinus-Funktion relativ einfach nachvollziehen kann, ist eine nützliche Eigenschaft und nicht nur für diese Art von Aufgabe, die wir auf der linken Seite haben. Und deshalb würden wir das noch anhand von ein paar Beispielen hier gedanklich üben oder auch schriftlich. Zum Beispiel, wir könnten dann sagen, dass Sinus von 20 Grad das gleiche ist wie Kosinus von 90 minus 20 sind 70 Grad. Oder dass Sinus von 60 Grad das gleiche ist wie Kosinus von 30 Grad. Und natürlich kann man das in beide Richtungen benutzen, also von links nach rechts, aber auch von rechts nach links. Schlussfolgernd können wir sagen, dass wir mit diesem einfachen Trick hier unten jede Sinus-Funktion in eine Kosinus-Funktion, beziehungsweise jede Kosinus-Funktion in eine passende Sinus-Funktion umformen kann. Und das werden wir auch bei unserer Aufgabenstellung auf der linken Seite brauchen, um Kosinus zu eliminieren und mit einer passenden Sinus-Funktion zu ersetzen. Bevor wir allerdings dies tun, noch einen kleinen Hinweis zu dem ganzen theoretischen Teil auf der rechten Seite. Also, auf den Nachweis dieser Additionstheoreme werde ich an dieser Stelle verzichten. Sonst müsste ich hier ein Video nur für diesen Nachweis durchführen. Wir wollen letztendlich die Aufgabe links lösen. Und die untere Eigenschaft muss nicht nachgewiesen werden. Das ist eine logische Schlussfolgerung aus dem Schaubilder der Sinus- und Kosinus-Funktion. Nachdem wir jetzt die Grundlagen geklärt haben, ist es natürlich die richtige Zeit, endlich mal diese Aufgabe zu lösen. Wie bereits erwähnt, unser erster Ziel ist, diese Kosinus-Therme hier im Zähler und im Nenner zu eliminieren und durch Sinus-Therme zu ersetzen. Also, mit diesem Trick von unten rechts. Ist Kosinus von 5 Grad das gleiche wie Sinus von 85 Grad? Also, 90 Grad minus 5 Grad sind 85 Grad. Und natürlich Sinus von 25 Grad wird einfach nur abgeschrieben an dieser Stelle. Unten im Nenner verläuft das Ganze ähnlich. Wir haben da Kosinus von 25 Grad. Dann können wir stattdessen Sinus von 65 Grad nehmen. 65 plus 25 ergibt ja 90. Und Minus Sinus von 5 Grad. Und jetzt können wir rechts auf unser Additionstheorem entspicken. Also, oben im Zähler brauchen wir unser erster Additionstheorem. Und genau das werde ich hier an dieser Stelle anwenden. Also, wir haben dann praktisch Alpha und Beta sind bei uns 85 und 25 Grad. Entsprechend haben wir dann 2 mal Sinus, Klammer auf, 85 plus 25 Grad. Also, ich schreibe es so ausführlich hin. 85 plus 25 und das Ganze geteilt durch 2. Dann kommt mal Kosinus, Klammer auf. Und dann haben wir Alpha minus Beta. Also, entsprechend 85 Grad minus 25 Grad. Und das Ganze geteilt durch 2. Genau auf die gleiche Art und Weise werden wir jetzt auch den Nenner bearbeiten. Da brauchen wir unser zweites Additionstheorem hier auf der rechten Seite. Weil Minus zwischen den beiden Sinus-Funktionen steht. Und dann haben wir 2 Sinus von, entsprechend sind die Winkel 65 und 5 Grad. Also, erstmal haben wir 65 minus 5 Grad geteilt durch 2 und mal Kosinus. Und jetzt werden die Winkel addiert. Also, 65 plus 5 sind dann entsprechend 70. Aber ich schreibe es mal ausführlich hin. Plus 5 Grad geteilt durch 2. So, und jetzt müssen wir diesen Term ein bisschen besser zusammenfassen. Was von vornherein hier auffallen sollte, ist die Tatsache, dass ich die 2 mit dieser 2 hier wegkürze. Also, die können wir weglassen. Und jetzt fassen wir diese Terme ein bisschen besser zusammen. Wir haben dann entsprechend Sinus von 85 plus 25 sind 110. Geteilt durch 2 sind entsprechend 55 Grad. Mal Kosinus. 85 minus 25 sind natürlich 60. Also, geteilt durch 2 sind dann 30 Grad. Und das Ganze durch Sinus. Von 60 geteilt durch 2 sind 30 Grad. Mal Kosinus. Und auf der rechten Seite haben wir dann 70. Geteilt durch 2 sind 35 Grad. Und jetzt müssen wir uns nur noch ein paar Sorgen machen über diesen Term, der hier am Ende entstanden ist. Also, wir sollten nach Sachen suchen, die bekannt sind. Zum Beispiel Sinus von 55 Grad. Das ist ein seltsamer Winkel, mit dem man gar nichts eigentlich so direkt anfangen kann. Deshalb lasse ich das einfach mal in Ruhe vorerst. Also, 55 Grad. Dann haben wir einen schönen Wert. Kosinus von 30 Grad. Das sollte euch irgendwie bekannt vorkommen. 30 Grad ist nicht irgendein Winkel, so wie 55 Grad. Sondern das gehört zu den besonderen Werten der Sinus. Und in diesem Fall Kosinus-Funktionen. Also, diese Winkel 30, 60, 45, 90 Grad sind alle besonderen Winkel. Und ja, in jeder Merkhilfe gibt es auch eine Wertetabelle dafür. Im Bereich 0 bis 90 Grad. Eigentlich für jede Sinus- oder Kosinus-Funktion. Oder vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung. Kosinus von 30 Grad war einfach Wurzel 3,5. Und genau mit so einem Vorgehen werden wir auch den Nenner hier betrachten. In erster Reihe haben wir Sinus von 30 Grad. Das ist auch ein besonderer Wert, was man in jeder Wertetabelle findet. Das ist einfach nur 1,5. Und dann haben wir hier noch Kosinus von 35 Grad. Das ist jetzt kein schöner Winkel. Aber wenn man ein bisschen hier gegenüber schaut, bei dem Sinus von 55, dann sollte man erkennen, dass 55 plus 35 Grad natürlich wieder 90 Grad ergeben. Also, wir könnten wieder diese Eigenschaft hier benutzen, um diesen Kosinus-Term unten als Sinus-Term darzustellen. Und das würde bedeuten, dass unten statt Kosinus von 35 einfach Sinus von 55 Grad steht. Ja, und das ist eine sehr gute Nachricht für uns. Weil das bedeutet, dass sich die zwei Sinus-Terme hier komplett wegkürzen. Und das Einzige, was wir noch hier an dieser Stelle haben, ist ein Doppelbruch, was wir auflösen müssen. Also, das können wir auch so machen. Den Zähler schreiben wir ganz normal hin. Und unser Bruch und Nenner, also dieser 1,5, können wir einfach in Kehrwert nach hinten ziehen. Und damit kriegen wir wieder die Gelegenheit, was zu kürzen. Die zwei ergeben weg. Und unser Ergebnis lautet dann einfach Wurzel 3. Und auch wenn die Aufgabe an dieser Stelle eigentlich beendet ist, noch einen kleinen Hinweis. Diese Eigenschaft, die wir häufig hier in dieser Aufgabe benutzt haben, mit diesen Winkeln, die zusammen 90 Grad ergeben, hat auch einen Namen, sozusagen eine Trigonometrie. Also solche Winkel, die zusammen immer 90 Grad ergeben, nennt man komplementäre Winkel. Und das kann man natürlich sehr geschickt nutzen, um Sinus-Therme in Kosinus-Therme umzuformen oder umgekehrt. Und übrigens, wenn Interesse, weitere ähnliche Aufgaben aus verschiedenen Themengebieten der Mathematik, findet ihr gleich in einer Playlist am Ende dieses Videos. Eine Playlist, die regelmäßig aktualisiert wird. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.